Willkommen zum 1.1 hier von Tim und ich muss kurz Tim muten, ja ich habe gerade schon mehrmals gegen Tim gespielt und ja ich bin in der Lobby von Tim, ich habe ja gesagt ich werde jetzt eine Serie machen und ich mache gegen Halt einen Kevin, also ich muss gegen einen Kevin ran und Leute ich bin richtig aufgeregt und ich habe mich gar nicht warm gespielt, wir zocken mit dem SG-Kit Also ich habe mich bisher eingespielt, ich habe gegen MC Expert gespielt, die Aufnahme werdet ihr, die Tage, werdet ihr, habt ihr glaube ich schon davor gesehen, durfte ich von Tim verwenden, vielen, vielen Dank nochmal an Tim, dass ich das machen durfte und Leute ich bin richtig aufgeregt, alleine schon, dass ich gegen MC Expert spiele, in seinem Turnier dabei bin und ich habe gerade eben schon beim warmen Spielen gegen ihn gewonnen, ich habe so gegen ihn ein bisschen gespielt, so random und ich habe schon mal die erste Runde verkackt, ich bin auch dabei, ja Marble, ich habe meine gewonnen, Ich habe 10 Harder verloren, weil ich bin richtig verhofft, ich mag es, Rock Team, ich habe gewonnen, ja nice, mein erstes Spiel gewonnen, gegen Schmalzer ist mein nächstes Spiel, gegen Schmalzer ist mein nächstes Spiel, gegen Schmalzer ist mein nächstes Spiel, Und für die Leute, aber gut, dass Tim mich noch kennt, alter, weißt du, ich hätte nicht gedacht, dass Tim mich halt noch kennt, und als ich hier reingerippt bin in die Lobby, Tim ist so ausgerastet, Ich bin so scheiße, ich habe jetzt schon eigentlich nicht so gut wie verloren, aber das geht gar nicht, Okay, GG, ich bin dann noch am Backlern, oh fuck mit, entscheidet bei mir, Hat gewonnen, zweites Spiel gewonnen, zweites Spiel gewonnen, jungs, ja man, drittes Spiel gegen Zickzack-Legende, Bei mir geht es direkt immer hart und hart, und bei dir, also ich habe meine zwei Spiele gewonnen, Ich verliere eh die Runde, also, ist recht egal, was passiert, Ich höre es dir, Digga, er hackt, fuck, ich habe verloren, fuck, aber ich habe, ich habe zwei gewonnen, aber eins verloren, leider, so, letztes Spiel, mein Gott, ah nein, Nein, das ist, das ist von der Zeit, Digga, hier ist drei Minuten Zeit, Digga, drei Minuten Zeit, Ey, meiner, ey, ohne Spaß, ich habe da drei Spiele gewonnen, zwei verloren, ich raste aus, oh Gott, Der spiele ich auf einmal wieder so scheiße, oh fuck, habe verloren, ich glaube, ich bin jetzt schon fast aus, Ey, hab gewonnen, oh Gott, yo, alter, ansporn, ich muss so konzentrieren, alter, Schon wieder verloren, ich glaube, ich habe, kannst du den Stream von Tim gucken, Fragezeichen, Ja, ich bin verloren, also in Frauen, ich finde das so schlecht, schön, zum nächsten Mal, wir、 Jersey. Und da ist es noch, supplements! Ich passe ich her, Es kann doch nicht sein Mann Digga, ohne Spaß, entweder hat meiner Fastie gehabt oder so Digga, ich habe ihn besser gecombo-t Er hat gebrannt Ich habe ein Spiel gewonnen So, Alter Ich habe gewonnen Oh Gott, ich habe fünf Spiele, glaube ich, gewonnen Und zwei verloren bisher Oh Gott, Alter Ich bin aufgeregt Er legt, er legt, er legt Ich gebe ihn, Kombo Ich bin damit raus, wahrscheinlich Nein, er hat noch zwei Herzen Ich bin, ich bin weiter Okay Quali-Pasen jetzt Warum bin ich weiter? Ich habe einen von neunen gewonnen Weil ich etwa so sozial, dass ich neunen Spielen Was geschenkt habe, dass ich mich trotzdem vielleicht nicht genommen Alter, warte, ich muss da ein bisschen konzentrieren Fuck, ich habe das Herz Digga, wie viel macht dieser scheiß Bogen Okay, ich bin damit raus Okay, ich bin damit raus Wahrscheinlich Ich weiß immer noch nicht Wann fühle ich endlich mal raus? Ich bin raus Mann, er hat noch nie Ey, Digga Ey, Mann, ich bin so schlecht gerade Fuck Fuck bin ich schlecht gerade Ich habe so gut gespielt die ganze Zeit Das war kacke ich Ey, Mann, Alter Er spielt wie eine Transe, Alter Er spielt wie eine Transe, Alter Ja, ja, ja Ich bin raus Okay Ich bin raus Okay GG Lass mich mal in Ruhe, bitte Lass mich da in Ruhe Bitte lass mich da in Ruhe, bitte Lass mich einfach in Ruhe Ich bin raus, nice Ich gewinne sieben meiner Ich gewinne 90% meiner Spiele 70% meiner Spiele Und dann fliege ich gegen jemanden raus Der Autoklicker benutzt Weil, guck mal Marvin Er hat mir nie eine Combo gegeben, ja Dann Er hat von einer auf der anderen Sekunde Angefangen zu taggeln Und hat mir die Combo meines Jahrhunderts gegeben, ja Egal, Leute Das war das 1 für das 1 von Tim Ja, leider konnte ich nicht mehr Als Halbfinale erreichen Äh, Viertelfinale erreichen Viertelfinale Ja, es war Viertelfinale Ja Ja, es war Viertelfinale Bei uns war ja viele gelieft Und da stand Viertelfinale bei mir Also, Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Mit den kurzen Videos Sorry, dass ich mich ausgerastet bin Aber Es fuckt mich halt meistens ab Wenn ich halt verliere Nur Weil ich halt Zwei Bogenschüsse Äh, Kassiere Aber sonst Die ganze Zeit besser war Als der Gegner Aber naja, scheiß drauf Nächstes Turnier Wird nächste Woche sein Also, Leute Ich hoffe, es gefallen Wir werden kommentieren Nicht vergessen Ich bin raus Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal